Aber natürlich versuchen diejenigen, die nach der Dunja trachten, immer Auswege zu finden. Und das sehen wir auch. Ja, ich arbeite im Haram, aber es muss sein. Ah, dies oder das. Ich muss mal betrügen. Ich muss mal lügen. Ich muss dieses und jenes. Das gibt es. Nicht nur bei Kalifen. Viele machen sich das Leben so gemütlich. Ah, der König ist schlechter Präsident. Natürlich gibt es viele schlechte Könige und Präsidenten. Aber du bist auch schlecht. Diese Fehler, die es bei ihnen gibt, gibt es bei dir. Und Allah unterstützt uns nicht, nicht nur, weil der Präsident König schlecht ist, sondern insbesondere, weil wir schlecht sind. Denn Allah sagt, sagte nicht, Allah ändert etwas an einem Volk, bis der Präsident sich ändert. Oder der König sich ändert. Oder der Sultan oder der Kalif sich ändert. Sondern Allah sagt, Allah ändert nichts an einem Volk, bis sie sich ändern. Also die Menschen.